Heute gibt es bis 14 Uhr Bransch. Wir gehen jetzt direkt vom Trittstück rüber zum Mittagessen. Als Bransch. Was man mag. Und die netten Damen haben gestern lang gefeiert. Guten Morgen. Hallo. Heute gibt es Bransch bis 14 Uhr. Das ist sehr schön. Lauter leckereien. Keine Feinde. Röschchen Fisch. Das ich bin derメ Chat euro. Die Köstereien vegetة. ас unglaublich. Ach. W